Ich bin voll der Kniffhänger-Typi. In der letzten Folge hieß es nämlich, werde ich das überleben. Und jetzt sind wir schon in der nächsten Folge. Herzlich willkommen zu 7 Days to Die, Folge 3. Zusammen natürlich immer noch mit Kita. Und bei mir schießt jemand. Du warst da, wo ich gerade war. Ja. Da bin ich abgab, weil die geschossen hat. Ja, aber die schießt normalerweise nur auf Zombies. Also. Prinzipiell dürftet ihr die eigentlich nichts tun. Ich weiß, dass ich bei 0% bin. Fuck this shit, I'm out. Also, wenn ihr die Mod, die wir spielen übrigens, spielen wollt, dann findet ihr wie immer in der Video-Überschreibung. Und natürlich findet ihr da auch Kitas-Kanal. Auf Twitch. Das habe ich in der letzten Folge irgendwie nie gesagt. Ich weiß, ich bin super toll. Ein richtiger Pro, was das angeht. Normalerweise nehme ich auch immer alleine auf. Das könnte vielleicht daran liegen. Ich sollte häufiger mit Leuten aufnehmen. Okay. Ich höre die Geräusche. Koch. Gib mir Wasser. Gib mir Wasser. Schneller. Was machst du da unten? Irgendwo ist hier ein Zombie. Na wo? Ich weiß nicht, wo der Zombie ist. Auf jeden Fall. Es gefällt mir das nicht. Es ist, als wäre er drinne mehr. Ja. Es gefällt mir erst recht nicht, weil er, weil ich drin bin. Würdest du mal kurz reinkommen? Please? Der steht vor der Tür. Ah, okay. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ah, tot. Glaube ich. Gut. Nee. Gibt's noch. Was ist denn der Arm ausgerissen? Hm. Was ist denn? Oh, der ist mit dem Schottgang dabei. Gut, einer. Soll ich jetzt mit Schottgang rumlaufen, oder was? Doch, du bist der Schottgang-spezialist. Nicht wirklich. Wenn er so auf Nachkampf. Definitiv. Das werde ich wahrscheinlich auch den Fightern machen. Achso. Na gut. Wir haben acht Schüsse. Dann mach du mal weiter. Ich mach auch weiter. Ich brauch trinkend immer noch was zu trinken. Trinken. Ich hab uns jetzt übrigens was zu trinken besorgt. Und die Treppe weiter. Na ja, ist ja nicht sehr viel, was ist recovered. Guck, ich glaub ich da mit schneller Ruch. Nee, nicht wirklich. Das ist beide scheiße. Na wenigstens ein bisschen. So. In unserem Feuer ist Wasser drin, falls du brauchst. Okay. So. Jetzt geht's mir wieder besser. Fühlen wir uns gut? Ja, wir fühlen uns gut. Warte mal kurz, bevor du hier... Zeug machst. Wenn du auf Fighter gehen möchtest, dann werde ich dann wahrscheinlich irgendwas an Waff-Spezialisten nehmen. Ich hab mir übrigens noch nicht überlegt, was ich nehmen werde. Also. Also. Fighter sind für mich persönlich an Waff-Spezialisten für mich persönlich an Waff-Spezialisten. Ja. Nimm doch den Fighter, Klasse. Also, wir gucken mal durch. Bilder ist, glaub ich, nicht so auf Waffen. Marksman klingt interessant. Gucken wir die mal an kurz. Was haben wir denn? Äh. Lesen. Genau. Lesen. Äh. Desert Eagle, Remington, Farmas, Barretta, Shotgun, Sniper Rifle, Sniper Rifle klingt super. All Guns Parts und Weaponsmith Station, Exclusive Parts, All Weapons Parts, Outland, Battleland, Dandert, Deadshot, Splattergun, ein Boomstick. Oh, das klingt super. Ich bin der Marksman. Okay. Ich spezialisiere mich hier auf Waffen. Allerart. Mhm. Aber einen Trader sollten wir definitiv auch mal gucken, dass wir den finden. Ähm. Wo wird denn... Bei mir wird hier leider kein Trader angezeigt. Der nächste Trader, der bei mir angezeigt wird, ist der, wo ich gespawnt bin. Das ist ewig weit weg. Also, ihr seht mal diese Sache, die ich zurückgelegt habe. Ich habe übrigens gesehen, wir sind hier in der Nähe der Toten Zone. Ja, wir sind hier fast reingelaufen. Ich auch. Ich könnte auch einen Bogen anfertigen. Das ist doch super. Perfekte Klasse für dich. Ich merke irgendwo. Gut, ich gucke hier jetzt nämlich noch mal kurz um. Vielleicht finde ich noch was Schönes. Und... Ja. Mal gucken. Ob sich da was finden lässt. Ja, ja, ja. Was sich da was finden lässt. Ja, ja, ja. Nein, ich bin nicht verrückt. Mir geht's gut. Nein, mir geht's gut. Ich bin nicht verrückt. Was zur Hölle bist du denn? Alter. Was ist das für ein Vieh? Ach, ihr seid NPCs. Ich habe mir gerade gedacht, hä, was seid ihr denn für Viecher? Ich bin nicht verrückt, hä, was ist das für ein Viecher? Oh, du tust immer schöne Sachen droppen. Das ist das Schöne an den Fettis. Die droppen immer übelst geile Sachen. Übel geilen Stuff. Der müsste jetzt tot sein. Ja. Oh nein, der hat überhaupt nichts getroppt. Oh. Die NPCs sind merkwürdig. Damit zeigt man gar nicht, dass sie irgendwie schlagen oder so. Naja. Auf jeden Fall sind die mein nächstes Tier. Auf jeden Fall bei den Fettis muss man echt aufpassen. Die tun echt übelst weh. Aber. Sie sind doch vollwürfelt. Und hier ist... Oh mein Gott. Eine Kiste. Moment, kurz. Muss man eben schnell die Kiste looten. Es lohnt sich immer, durch die Gegend zu laufen. Pass ich dich. Wollen ja nicht da drauf gehen. Was ist das? Irgendwas merkwürdiges. Aber es ist jedenfalls ziemlich cool. Also durch diese Mod hier stehen halt immer wieder irgendwie solche komischen Gebilde rum. Und da kannst du halt Blut holen. Das ist ziemlich lustig. So, ich gucke weiter, ob ich vielleicht noch irgendwas Interessantes finde. Vielleicht finde ich ja auch irgendwo ein... äh... ein Reh oder sowas in der Art. Essen ist nämlich auch so eine der Sachen, die hier ganz, ganz wichtig sind. Essen, trinken, schlafen. Und andere Dinge. Oh mein Gott, ich habe Glas gefunden. Das ist super. Denn diese Glasbehälter, die ich jetzt gefunden habe, kann ich jetzt natürlich mit Wasser füllen. Und dann kann ich die abkochen. Dann haben wir Wasser im Glas. Super Sache. Aber was ist das hier eigentlich? Das sieht so merkwürdig aus. Was bist du? Kupferfarbenes Fragment. Okay. Das ist dann wahrscheinlich eher so, dass man so Fragmente nimmt. Die kann man dann zur Kupfer einschmelzen. Und dann kann man wahrscheinlich damit irgendwie große Eisen oder so machen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Müssten wir uns da gleich mit... Bzw. müsste ich mich immer generell beschäftigen. Ich habe mich mit der Mod noch kaum beschäftigt. Ich habe es ja nur gesehen und fand sie cool. Weiß es, es ist eine tolle Voraussetzung. So, dann machen wir hier einmal was und das. Was hast du gesagt, Kita? Döppelchen. Döppelchen? Döppelchen. Achso, Döppelchen. Ja, Kita ist hochkonzentriert beim Kartoffelfarmen. Die ist jetzt unsere Kartoffelfarmerin. Und ein Brot, Ei. Das kann man kochen und dann hat man ein hartes Ei. Oder wir heben es auf und warten, bis wir Fleisch haben. Dann können wir Bacon und Ei machen. Also, zu spät. Gut. Bacon und Ei heilt immer ein bisschen mehr. Also nicht immer sofort alles verkraften. Auch Kartoffeln nicht immer sofort alle verkraften. Jetzt natürlich am Anfang, ist klar. Aber später im Verlauf sind Kartoffeln ein Zusatz, 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 genau. Zusatz, Zusatz. Zusatz, äh, Zutat zu einem Auflauf. Der heilt dann natürlich dementsprechend mehr. Honey, I'm home. Ja. Hab Wasser mitgebracht. Und ganz viel Liebe. Das müssen wir sowieso noch verkraften. Das, was noch nicht gecraftet ist. So. Flasche Wasser. Zwei. Zwei. Blackberry Juice. Okay. Flasche Wasser. Bacon Mushroom Sandwich. Ich dachte, hätte ich jetzt voll Bock. Bis auf die Pilze. Aber die kann man ja runternehmen. Chicken Pot Pie. Das sieht alles so lecker aus, ne? Apple Pie. Ham Sandwich. Hunger. Ah, Hunger. Ich habe Hunger. Was ist denn, schießt in der Hand? Ja, ich gucke sofort. Einen Augenblick bitte. Ich bin gerade hier nämlich noch am durchgucken. Rabbit on a Stick. Das sieht nicht aus wie ein Rabbit, sondern eher wie ein, naja. Wie eine Hand on a Stick. Gut. Was hast du da? Ein, ein mit Dornen besetzten Hammer. Okay. Ach, ich habe uns, ich habe uns übrigens ein bisschen Licht besorgt. S-Wert-Licht. Oder S-Wert-Licht. Ja, die habe ich gefunden. Die habe ich gefunden. Und eine Kerze. Supi. Es gab doch irgendwie eine Möglichkeit, wie man das schneller machen konnte. Ah, hier. Gewonnen. Ah, ne. Meine Shotgun-Schatz. Die brauche ich noch. Wenn du möchtest, kannst du das hier alles sortieren. Und du brauchst was zu essen. Ganz dringend. Unsortiert. Ne, ich habe unten noch einiges reingeschmissen. Entschuldige. So. Kartoffel essen schnell. Und dann wieder weiterlaufen. Ich brauche, wir brauchen dringend Fleisch. Jetzt was essen. Es kommt rein und der Rest kommt rein. So, was brauchen wir denn noch? Also, wir brauchen auf jeden Fall davon ein paar. Ich fertige die mal an und dann stellen wir die mal so ein bisschen hin. Zu unserer Sicherheit natürlich. Maler-Pinsel. Maler-Pinsel. Immer diese Maler-Pinsel hier. Rabbit-Trap. Wir können auch Hasen fangen, wenn wir das wollen. Holz, Pflanzenfaser, das haben wir doch alles da, oder nicht? Aber wir brauchen auch eine Maiskolben, zwei Stück. Und das haben wir nicht da. Das ist das Problem, glaube ich. Also die Trap an sich können wir hier stellen, aber der Rest ist ein bisschen schwierig. Außer wir finden jetzt einen, einen, eine Farm. Old McDonald's have a farm. Hier, hier, hier. So, jetzt musst du beim draußen rumspringen ein bisschen aufpassen, weil ich tue nämlich hier spitze Stinger hinstellen, damit wir ein bisschen sicherer sind. Auf der anderen Seite müssen wir auch noch einen. Oh, ähm, ich hab einen Zombie. Zombie! Ich hab nicht so viel Schuss. Was, du bist tot? Nein, ich hab nicht so viel Schuss, hab ich gesagt. Okay. Der ist schon tot. Okay! Bye! Blöder Zombie. Blöder Zombie, blöder Zombie, blöder Zombie. Jetzt fühl ich mich safe. Voll der blöder Zombie. So, ich mach mal hier bei der Treppe weiter. Dann eh nicht, meine Axt ist kaputt. Du weißt, dass du dich reparieren kannst, ne? Dafür brauchst du nur Holz, ähm, diese Grasfasern und... Äh, gut. Hm? Hm? Timm's gut. Was? Ach, sortieren ist gut. Ja, du darfst es gerne übernehmen, sonst bin ich immer der Sortierer an der Gruppe. Und ich bin das langsam leid. Tennis schneit. Ich muss erstmal gucken, wie ich das sortiere. Irgendwie sehr viele Sachen. Du kannst auch noch weitere Kisten aufstellen. Du hast das Rezept für Kisten. Weil wenn du mehr Kisten machst, du musst sie dann halt nur aufmachen, aufschließen. Also dann E gedrückt halten und dann aufschließen. Wenn du sie hinstellst. Also sonst komm ich nämlich an die Kisten nicht dran. Hm. Wo hab ich denn? Ich hab nicht genug Steine dabei. Das ist supi. Hm. 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 Ein Stein, zwei Steine, drei Steine. Ganz viele kleinen Steine. Oh, bitte. Schlagt mich für diesen Witz. Äh, nein, jetzt nicht. Peter. Später, wenn wir allein sind. Pss. Ach, Göttchen. Äh, Steinachs, Pflanzenfasern. Holz. Holz. Steine brauch ich noch. Ich hab doch noch ne Spitzhacker. Die hab ich doch vorhin gefunden. Damit kann ich Steine absammeln. Das ist voll verfressen. Das ist voll verfressend, dieser Charakter. Ja. Nur deiner. Meiner ist schon wieder bei 19% und ich hab erst was gegessen. Ja. Da kommt doch Freude auf. Tralalalala. Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ja, dieses Essen- und Trinkproblem können wir für einen anderen Tag aufheben, weil die Folge ist nämlich gleich schon wieder zu Ende. Dann haben wir ja schon eine Agenda für die nächste Folge. Trinken und Essen besorgen. Naja, wobei trinken haben wir ja jetzt zumindest ein bisschen was. Aber ihr wisst, was ich meine. Gut, dann schaut doch in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann den Link zu dieser Mod hier und natürlich auch den Link zu der lieben Kita. Natürlich nur zu Kitas Quidditch-Sanal. Ich glaube, du hast gar keinen YouTube-Kanal, oder? Also müsst ihr euch mit Twits zufrieden geben. Aber Kita ist da auch immer mal wieder live, also. Ne? Einfach mal vorbeigucken. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye! Magst du nicht auch Tschüss sagen? Bye!